jetzt Hello und herzlich willkommen zurück zu Portal 2 Wir haben mittlerweile überall Slime hingeschissen und kommen jetzt wie der zensiert Teufel Zwerg, Gnom, wie auch immer Ich springe jetzt In der Hoffnung, es funktioniert Viel Glück springe ich schräg Ja, und dann brauchen wir nochmal einen schönen Strudel Ja Ja? Ja Eigentlich dumm, dass da ein Portal ist Es funktioniert Moment Ha, ich hätte nämlich den Strudel übernehmen müssen Kannst du von hier da hinten ran? Ja Das ist schön Wenn man nicht trifft Wenigstens übersteuern musst du dermaßen Ja So, jetzt machst du dasselbe Und musst dann im Strudel landen Ja Das werde ich Doch, das werde ich Nein, werde ich nicht So, jetzt muss ich nämlich da hin Richtig Das kenn ich noch Ich hab's wie gesagt mit unserer Cousine gemacht Ja, aber diese Ewigkeiten gebraucht, da rüber zu kommen Das ist wahr Wir jetzt nicht Nein Wir haben mal jetzt anderthalb vorgebracht Ja Ach was Lächerlich Echt Echt Dann nehmen wir eine Folge auf Dann nehmen wir eine Folge auf Oh, was tut das Oh, was tut das? Ja Das siehst du richtig Oder extrem tödlich Doch wir wissen, dass dank eurer wunderbaren Undagefähigkeit nicht tödlich ist Ich darf nur rot schießen Rot, ja, rot Rot Moment Moment, wo kommt das her? Du musst da drunter Da Richtig Und musst dann da drunter stehen Nein, einen weiter Einen weiter? Den? Also doch den, den hab ich ja gerade Dort ist das Kreuz Dann sagst du mir einen weiter Und dann da drunter stehen, ich bin glaube ich zu weit weg So, ich guck mal so gerade So, ich guck mal so gerade Muss doch da Muss da Ja, natürlich Ja, ist gut, hast du diskutieren So, jetzt musst du rüber, weil ich muss knöpfen drücken Ich geh rüber und du drückst, wenn du das verkacke Dann fallen die beiden Ach, bist du bereit? Zum Auffang? Ich versuch Ich versuch Ich versuch Ich versuch Ich versuch Ich versuch Wieso brauchen wir den überhaupt? Da oben hinzukommen Oh Ich kann doch nicht auf der Wärmattrücker Ach doch, er klebt hier auf der Wärmattrücker Sonnendrücker ich bin sie sind die Hälfte ist ein ja es ist mir klar aber rüberkommst du nicht wenn es sich nicht so schnell gesteckt ist es klappt nicht gehen ja ach echt ich darf nicht weg Nein, du darfst nicht weg. Zumindest für diesen Moment. Dann mach da mal hin. Hier? Warte, nicht drunter? Ja, fast. Ein bisschen weiter nach links. Jetzt. Nicht. Und dann probieren wir es nochmal. Jetzt kann es ja nichts passieren. Ich bin drinnen. Ich hab's gesehen. Ja, du kannst einfach rüberkommen. Hallo. Hallo. Das war jetzt noch einfach. Ja. Das ist also nichts. Hey, was ist das? Ich weiß, wo wir sind. Weißt du es auch? Nein. Sei froh. So. Du musst jetzt da schießen. Du stehst gerade ein bisschen neben mir. Außer wenn du rüber möchtest, dann muss ich schießen. Möchtest du rüber oder sei ich rüber? Geh du rüber. Okay, dann muss ich schießen. Da hin? Dann muss ich schießen. Nein, doch nicht. So. Jetzt gehst du rüber. Ich hab gerade gesagt, es geht du ruhig, aber gut. Entschuldigung. Warte, dann schieß du. Nein, jetzt ist es auch zu spät. Dann nicht. Nein. Du musst rüber. Ich probier ihn doch nur auf A. Ja, du musst gegen Potter geschießen. Dann hier. Und hier. Ja, jetzt gehst du schon rüber. Du musst einmal, warte, ich muss einmal Slime auf Rücken. Ich hab hier noch Slime. Na, jetzt können auch immer auf der Wärmebrücke. Ja. Warum sag ich eigentlich immer Wärmebrücke? Weiß ich nicht, weil du es vom Kochen gewohnt bist? Ja, wahrscheinlich. Moment. Jetzt ist okay. Warte, jetzt muss ich die übernehmen. Na, da kommst du nicht hin. Ich schrug war eigentlich, wenn ich schon will. Gut, dass du da hinkommst, wenn du willst. Dann musst du hier das nur ändern. Richtig. Das hat mich nämlich auch mit unserer Cousine gemacht. Ich weiß. Wir haben das mehr als einmal gemacht. Nur wegdrückt, jetzt hast du das Knöpfchen. Wenn du da auf die Plattform gehst, hier auf die Plattform gehst, hast du auch Slime. Meinst du, das reicht? Meinst du, ich komm da hoch? Nein. Ähm, war... Da war nämlich eine Plattform. Ich weiß. Ja, so können wir es auch machen. Genau. Du kommst hier rüber, ich schieß da in den Portal, da in den Portal und du bist drüben. Gino. Gino. Du musst du nur erst einmal sicher stehen, da auf der Plattform, sonst bist du gekackeiert. Mhm. Warte. Ah ne, ich hab... Komm rüber. Du brauchst keinen Slime. Du brauchst keinen Slime. Das ist deine eigene Portal, das habe ich gemacht. Ja, wie soll ich es sonst machen? Komm hier rüber. Nochmal. Weil er mich durchlässt. Dann wird er, dein Portal, komm da auf die Plattform, wo der Slime ist. Dann kannst du ruhig erstmal runter. Ich werde die ganze Zeit springen jetzt. Wo war das Ding? Ach nee, das klappt nicht. Ach was. Doch, mach da ein Portal hin. Dann muss ich immer das Knöpfchen drücken. Moment. So. Hallo. Bonjour. Wir nehmen schon 18 Minuten. Wir haben keine Kontrolle über die Welt außerhalb der Teststrecken. Doch die Remontant-Einheit kann euch beiden helfen. Seelischer Ballstand? In der letzten Strecke werdet ihr sie brauchen. Sterbehilfe. Mhm. Ne, das gibt gleich das hier. Ah, mir ist noch 7 Minuten. Da musst du wieder rüberziehen. Eine kurze Folge von 10 Minuten. Was bringt das Fernsehen? Dass eure Tests nicht wirklich wissenschaftlich sind. Und das hat euch hoffentlich nicht traurig gemacht. Ja. Moment. Ich will mal wissen, was... Ah. Was ist passiert? Moment. So, jetzt nochmal. irgendwas fehlt. Ah, genau. Ich nehm einfach mal schön den Weg rum. Sagt er, der da fehlt was. Komm mit. Hallo. Du musst noch mal runter. Ich hab noch gar nicht, wo wir hin müssen. Und dann die Schräge da unten. Unten, unten. Und hier? Was muss ich da machen? Einfach mal. Dann kommt es wieder zu mir hoch. Du machst mein gelbes Weg. Ich hoffe, das reicht vom Schwung. Weil sonst müssen wir irgendwie von oben springen. Schuhe, wieder, wieder. Ja, es reicht. Ah, ne. Tu das nicht. Dann müssen wir von oben. Dann kommen wir wieder hoch. Warte. Vielen schön. Danke very much. Oben und... Wo oben? Da oben? Und mein gelbes Weg. Warte mal. Ob hier ist mein blaues? Gar nicht. Ich hab irgendwo in Blaus geschossen. Ja, da. Auf der Schräge. Das brauchen wir aber nicht. Und mein gelbes Weg. Und dann Geronimo. Das bringt aber auch nichts. Willst du mich verarschen? Es muss dann die fuckerste Schräge sein. Bitte? Wir müssen jetzt neben mir an der Wand entlang. Komm, das vielleicht noch irgendwie höher machen. Ja, die sind zum Mundmus. Ach, was du nicht sagst. Und wieder hoch. Du darfst schießen. Während haben wir schon. Ja. Wir müssen treffen. Ja, treffen. Und du aus dem Weg. Ich hänge Kopf über. Bei dir. Sie können. Ich stehe wieder hier unten. Ich bin oben. Hi. Da ist mein gelbes. Aber ich hier rot schießen. Jetzt aber. Ich bin oben. Du musst du vielleicht gleich vertikal machen. Jetzt gerade machen wir sie horizontal. Fick dich! Das war jetzt ziemlich dumm. Das war jetzt ziemlich dumm. Moment. Nur das ist der Ordnungshalber. Warum meine Portale weg, wenn meine schon bereit sind? Kannst du mir das erklären? Ich wollte da oben ausprobieren. Ja, kannst du mir das erklären, wenn alles schon bereit war? Ja, eben war da noch meins. Aber am Slime war alles schon von mir. Ja, das geht. Ja, das geht. Das ist auch nicht warm. Aber es geht auch wahrscheinlich auf den Boden. So, schick uns hoch, Scotty. Ich bin nicht hoch, Scotty. Wir haben nur noch eine Minute. He he. Ähm. Warte, du? Danke. Na, wie ich es dachte. Und das vielleicht. Das war schon extrem dumm. Man sollte vielleicht auch durch Portale hinter. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich habe gerade mal auf meine Portale geflogen. Wo bin ich? Wo bin ich? Du fliegst hoch. Ehrlich? Ja. Du bist oben. Dann mach du jetzt das Schöne. Ich hätte sonst jetzt gesagt, was willst du, wenn wir hier gegenspringen, da, dann das Portal da und dann da unten so und dann fliegen. Nee. Das hätte vielleicht auch was gebraucht. Da hätten wir vielleicht mehr Schwung gehabt. Aber das sah geil aus, wie du rückwärts auf dem Portal rauskommst. Weiß ich leider nicht. Wie so einen schlechten Film. Ja, das Portal ist ein einziger schlechter Film. So. Ready? Yes. Gut. Oh ja, jetzt kommt das. Oh nein, ich weiß, wo wir sind. Ja. You all ready? Yes. So. Wir müssen gut einmal werden. Ja, ich weiß. Das ist es. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.